Herr Fuß, der IFO-Index ist praktisch nicht mehr zurückgegangen heute, ein Zehntelpünktchen zwar noch, aber ist jetzt die große Rezession abgeblasen, die alle immer befürchtet hatten in den letzten Wochen? Es ist eine Stabilisierung im Index, aber die Rezession wird wohl stattfinden, da können wir nicht entgehen. Es wird aber deutlich, dass der Absturz vielleicht nicht so drastisch ist, wie viele erwartet haben. Wir haben eine Abwärtsbewegung, aber eine, die nicht so gravierend ist, wie viele gefürchtet haben. In welchen Branchen ist es denn ganz besonders schlimm? Also hohe Gaspreise und Energiepreise insgesamt treffen wen also ganz besonders? Ja, es sind natürlich vor allem die energieintensiven Branchen, die Chemieindustrie, Glaskeramik, die Papierindustrie. Wir haben auch im Dienstleistungsbereich teilweise Unternehmen, die viel Energie brauchen, beispielsweise Hotels, die sind auch getroffen, weil die, gerade Hotels, das auch nicht auf die Nachfrage ohne weiteres überwälzen können. Der Einzelhandel scheint auch ganz besonders schlecht gelaunt zu sein. Ja, im Einzelhandel gibt es natürlich auch Energiekosten, aber da ist wohl auch das Problem, dass viele Verbraucher jetzt Sorgen haben, können sie ihre Heizrechnung bezahlen und sie sind dann eher zurückhaltend, zum Beispiel beim Einkaufen von Kleidung. Deshalb ist die Stimmung im Einzelhandel schlecht. Würde da eine Gaspreisbremse richtig helfen? Ja, eine Gaspreisbremse, wie sie jetzt geplant ist, ist ja eher ein Transfer auf der Basis des Vergangenheitsverbrauchs und das bedeutet dann schon, dass Einkommen gestützt werden und dass Menschen mit niedrigen Einkommen, die keine Reserven haben, dann eben doch in der Lage sind, die notwendigen Ausgaben zu tätigen. Allerdings, dass die jetzt im Einzelhandel groß einkaufen, ist dann auch wieder nicht zu erwarten. Also, das ist ein Einzelhandel, das ist ein Einzelhandel, das ist ein Einzelhandel und das ist ein Einzelhandel.